TÜBINGER TELEFONANDACHT Denken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden, so die Luther-Übersetzung. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weißes Herz gewinnen, so die Züricher Bibel. Wir werden aufgefordert, die, vielleicht nur noch kurze Spanne unseres Lebens zu nutzen. Wir werden ermahnt, im Wissen um unsere Begrenztheit zu leben. So gewinnen wir ein weißes Herz. So kann ich klug werden. Doch was heißt das praktisch, klug werden? Wir müssen sterben, todsicher. Wir alle müssen einmal sterben. Fast nichts ist so sicher wie der Tod, todsicher. Wir hören es normalerweise nicht gern, dass wir einmal sterben müssen. Wir weichen dieser Tatsache lieber aus. Deshalb wird der Tod verdrängt, ausgelagert in Pflegeheimen und Klinik. Und in all dem ein weißes Herz gewinnen, klug werden? Was heißt das praktisch für mich? Ich will heute, ich will in Zukunft bewusster den Gedanken zulassen, dass meine Zeit begrenzt ist. Ich will beginnen, das Wichtige, das Wesentliche jetzt nicht irgendwann anzupacken. Nicht irgendwann mit der Versöhnung beginnen, sondern jetzt den ersten Schritt tun. Dazu leitet mich ein weißes, kluges Herz. Wer lebt, als könne er ewig auf dieser Erde bleiben, der betrügt sich selbst. Seien wir ehrlich. Viel zu oft stehen wir in dieser Gefahr, uns zu betrügen. Deshalb bittet Mose, über dem Psalm 90 steht als Überschrift, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Deshalb bittet Mose, Herr, lehre uns bedenken oder wörtlich, lehre uns, unsere Tage zu zählen. Ja, Gott muss uns das lehren. Wir sind, weil wir so in der Versuchung stecken, es zu verdrängen, wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen, dass wir bewusster leben mit unserer Endlichkeit. Wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen, dass er uns lehrt, weise Schlüsse daraus zu ziehen. Deshalb will ich es heute, in Zukunft, bewusster zu meinem Gebet machen. Lehre mich bedenken. Lehre mich, der Realität ins Auge zu schauen. Schenke mir ein weißes, kluges Herz. Lenke meine Schritte zum Wichtigen, Wesentlichen. Noch einmal, was heißt das ganz praktisch, klug werden? Zu wissen, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Das will ich nutzen. Klug werden, das meint, nach Jesu Wort im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 24, mein Haus auf Fels bauen. Das heißt, auf Gottes Wort hören und es tun. Klug werden, das könnte so aussehen. Ich gehe durch meine Wohnung, betrachte all den Besitz und sage bewusst zu Jesus Herr, dies alles lasse ich einmal hier. Ich danke dir für alles, was du mir geschenkt hast. Aber ich will mein Herz nicht daran hängen. Es gehört alles dir. Ich bin nur dein Verwalter. Lass mich ein weiser Verwalter sein. Klug werden, ich lasse mir die Prioritäten von Gott zeigen. Dann wird das wirklich Große groß und das Kleine klein. Und ich erkenne, wo ich mich verstreite an unbedeutenden Themen. Klug werden, bitte Herr, zeige mir die wichtigen Aufgaben, die rechten Ziele. Klug werden, bitte Herr, hilf mir, ein Lernender zu bleiben. Ein Lernender auch aus der Erfahrung meiner Fehler. Klug werden, bitte Herr, wäre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf das ich klug werde. Klug werden, bitte Herr, hilf mir, ein Lernender zu bleiben.